Ja, was lieben Sie heute? Ich bin jetzt der Christoph. Heute gibt es wieder ein Video von der Kupferbomber. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Schauen. Tschüss da! Untertitelung des ZDF, 2020 Malzahn, Malzahn, Malzahn Malzahn, Malzahn 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 So liebe Leute, das war es schon wieder mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen und falls ja, dann würde ich mich sehr über ein Like und einen Kommentar freuen und vielleicht lasst ihr sogar ein Abo da. Bis zum nächsten Video, Ciao!